Es gibt ja so Marken, da schlägt bei einem das Herz direkt höher. Bei mir ist das definitiv die Marke Porsche. Seit Kindheit ist es ein Traum von mir, einen Porsche zu fahren. Und egal wo man ihn sieht, man guckt sich diese Autos gerne an. Und damit herzlich willkommen zum neuen Video von Planet VHG. Wir haben heute den Porsche Taycan 4S für euch dabei. Und den gucken wir uns jetzt mal genauer an. Kommt mit! Wir haben hier für euch den Taycan 4S. Das ist quasi die mittlere Ausbaustufe des Taycan. Es gibt den Taycan als Basismodell. Dann kommt der Taycan 4S und darüber dann der Taycan Turbo und Taycan Turbo S. Hier habt ihr mindestens 435 PS. Im Overboost-Modus habt ihr sogar 530 PS. Das habt ihr, wenn ihr die normale Batterie habt. Das heißt, ihr habt einen Akku von 79 Kilowattstunden. Ihr habt noch die Möglichkeit, eine Performance-Batterie dazu zu wählen bei diesem Fahrzeug. Dann habt ihr einen Akku von 93 Kilowattstunden Kapazität. Und dann habt ihr auch 571 PS im Overboost-Modus. Bei der Standard-Batterie im 4S habt ihr ein maximales Drehmoment von 640 Newton-Metern. Nehmt ihr dann die Performance-Batterie, also mit den 93 Kilowattstunden. Dann habt ihr einen Drehmoment von 650 Newton-Metern. Wenn ihr in dem Taycan 4S das Sport-Chrono-Paket verbaut habt, so wie wir das hier haben, dann schafft ihr es von 0 auf 100 in 4 Sekunden. Was schon ziemlich beachtlich ist für ein Auto, was rein elektrisch angetrieben ist. Ihr habt eine Höchstgeschwindigkeit von 250 kmh bei dem Auto. Wenn ihr im Sport-Plus-Modus seid, habt ihr eine Beschleunigung von 0 auf 200 in 13,2 Sekunden. Da lasst ihr auch schon so einige super Sportwagen stehen. Dann gucken wir uns den Taycan noch einfach mal hier im Detail an. Beim 4S, er sieht eigentlich aus wie der Taycan Turbo oder Turbo S, den wir schon kennen. Nur habt ihr hier unten in dem Bereich kein Carbon verbaut oder Schwarzglanz, sondern das ist hier in so einem schwarzgenabten Plastik. Könnt ihr euch natürlich gegen Aufpreis aber auch dazu bestellen. Also bei Porsche, wie schon immer, könnt ihr gegen Aufpreis eigentlich alles bekommen, was ihr gerne haben wollt. Ansonsten sehen wir auch hier die großen LED-Scheinwerfer, die Matrix-Scheinwerfer. Die sehen natürlich mega cool aus mit den Tagfahrlichtpunkten. Hier, das sieht richtig, richtig gut aus, die dann auch noch zum Blinker werden. Sehr schick gemacht. Die Farbe hier auf dem Fahrzeug, das ist vulkangrau-metallik. Finde ich auch sehr cool. Wirkt je nach Lichteinfall immer anders. Mal ist er wirklich grau, mal geht er ein bisschen ins Bräunliche, mal ist er sehr dunkel-schwarz. Manchmal schimmert es aber auch leicht grünlich. Haben wir gestern zum Beispiel in der Sonne festgestellt. Sieht sehr cool aus. Ja, und wenn wir hier davor stehen, sehen wir einfach mal, wie massiv dieses Auto ist. Wir sind hier 1,96 Meter Breite, 1,37 Meter hoch. Also das heißt, er ist extrem tief, extrem breit, was das Auto extrem sportlich macht und einfach nur richtig gut aussieht. Wenn wir gerade hier vorne stehen, dann können wir uns gleich auch mal den Front angucken. Und zwar hat dieses Auto vorne einen Kofferraum. Es ist zwar ein relativ kleiner, aber hier habt ihr genügend Platz, um eure Ladekabel und kleinere Utensilien einfach zu verstauen. Warndreieck, Verbandskasten findet ihr auch hier. Ist eine super Lösung, gerade wenn man diesen Platz halt wirklich hat durch ein Elektroauto, ist das, finde ich, gut genutzter Raum. Jetzt gehen wir mal weiter an die Seite des Fahrzeugs. 4,96 Meter lang ist der Taycan. Und diese Länge lässt ihn halt auch extrem sportlich aussehen. Und man sieht in der Silhouette auch immer wieder einen Porsche 911, finde ich zumindest. Schreibt uns doch mal in die Kommentare, wie ihr das seht. Also für mich ist der Taycan eigentlich der elektrische 11er. Weil wir haben ein bisschen mehr Platz, ja, und wir haben auch hinten zwei Türen. Also wir können auch Fahrgäste hinten mitnehmen, die da auch bequem sitzen können im Gegensatz zu einem 911er. Aber für mich ist das, wie gesagt, eigentlich ein elektrischer 911er und das verspürt man auch, sobald man das Auto fährt. Das ist durch und durch ein Porsche und man hat sofort dieses Porsche-Feeling, wenn man hinterm Lenkrad sitzt und das Auto fährt. An der Seite hier sehen wir das 20 Zoll Aero-Rad. Sieht meiner Meinung nach richtig cool aus und ist hier auch irgendwie an den Porsche 911 angelehnt. Also die Optik zumindest findet man da auch wieder, nur dass es hier halt komplett geschlossen ist bei der Felge. Sieht aber richtig cool aus. Dann haben wir hier die Ladeklappe. Die machen wir auf, indem wir mit dem Finger hier unten drunter streichen und dann fährt diese elektrisch hoch. Hier haben wir den CCS-Anschluss, das heißt für das Schnellladesystem. Wir haben hier ein 800 Volt System bei dem Fahrzeug. Das heißt, wir können hier beim Taycan 4S mit maximal 225 kW laden. Habt ihr die Performance-Batterie Plus, dann könnt ihr sogar mit bis zu 270 kW laden. Aber mehr zum Laden später, wenn wir auch an der Ladesäule stehen. Dann haben wir hier bei uns am Auto noch optional den Porsche Electric Schriftzug, damit man auch weiß, hey, ich bin ein Elektroauto. Finde ich ganz cool, ist ein tolles Gimmick eigentlich. Muss aber auch extra dazu bestellt werden. Wenn wir hier stehen, sehen wir auch, wir haben hier das 360 Grad Kamerasystem verbaut am Porsche Taycan. Das ist auch eine richtig coole Funktion, weil es aktiviert sich halt auch bei Situationen während des Fahrens. Wenn man zum Beispiel zu nah an den Bordstein kommt oder es kommt einer von vorne und es ist eine relativ enge Straße, dann aktiviert sich dieses Kamerasystem und man kann halt direkt gucken, passt das oder passt es halt auch nicht. Das ist wirklich ein cooles Gimmick. Und wenn wir gerade einmal hier stehen, dann sehen wir hier diesen wunderschönen Porsche Schriftzug vom Porsche Zentrum Hannover. Die haben uns das Auto freundlicherweise zur Verfügung gestellt, dass wir das für euch testen dürfen und auch ein paar schöne Bilder machen dürfen. Von daher herzlichen Dank an das Porsche Zentrum Hannover. Falls ihr auf der Suche nach einem Porsche seid oder vielleicht auch genau diesen Taycan haben wollt, schaut doch einfach mal beim Porsche Zentrum Hannover vorbei. Die helfen euch mit Sicherheit weiter. Ja, wenn wir hier weitergehen, sehen wir die Besonderheit. Wir haben hier vier Türen, also nicht wie beim 911er nur zwei, sondern wir haben hier wirklich vier vollwertige Türen, wo man auch hinten sitzen kann. Die Dachlinie erinnert mich aber persönlich wieder extrem an den 911er mit diesem abfallenden Dach und den großen Schulterlinien hier hinten. Sieht richtig cool aus. Wenn wir hier weitergehen, dann kommen wir für mich auch zum Schmuckstück dieses Fahrzeugs oder zur Schokoladenseite. Und das war der Hintern. Also dieses durchgezogene Leuchtenband, was wir hier haben, mit diesem Porsche Schriftzug aus Glas. Das sieht richtig, richtig cool aus. Also wirklich wunderschön. Wir haben hier hinten den Heckspoiler, der fährt auch aus, also entweder auf Tastendruck oder auf 100 kmh, fährt der voll elektrisch aus, sodass wir auch mehr Anpressdruck haben und die volle Performance des Fahrzeugs nutzen können. Wenn wir schon einmal hier hinten stehen, dann gucken wir mal in den Kofferraum. Da haben viele von euch nachgefragt. Der geht elektrisch hier auf Knopfdruck auf oder auch am Schlüssel. Und dann sehen wir hier eine relativ schmale Luke zwar, aber er geht weit nach hinten. Wir haben hier 407 Liter Kofferraumvolumen. Das sollte eigentlich für jede ordentliche Urlaubsfahrt reichen, auch für vier Personen. Wir haben zusätzlich ja vorne nochmal im Frunk 84 Liter, also in dem Kofferraum vorne. Ich glaube, da findet eigentlich alles, was man so braucht, sein Platz. Natürlich auch wieder elektrisch schließbar, das Ganze. Ja, und dann sehen wir hier auch den Taycan 4S-Schriftzug nochmal in der Mitte aufgebracht. Und dann hier hinten diesen wunderschönen Diffusor. Das ist alles in so verschiedenen Ebenen aufgeteilt. Kommt ziemlich weit raus und sieht komplett sportlich aus. Also es macht das Fahrzeug extrem breit und sieht richtig gut aus. Auch hier könnt ihr natürlich optional wieder entweder in Schwarzglanz, in Carbon oder wie auch immer bestellen. Ja, das war es eigentlich soweit von außen. Von hier sieht man es schon, das große Panorama-Glasdach. Das gucken wir uns jetzt auch nochmal genauer aus dem Innenraum an und da gucken wir uns auch den Rest an. Guck mal mit. Ja, angekommen im Innenraum vom Porsche Taycan 4S, sehen wir, dass wir hier einen komplett schwarzen Innenraum haben. Das ist natürlich je nach Ausstattung frei wählbar. Also ihr habt ja verschiedene Möglichkeiten zu wählen. Hier ist quasi der komplett schwarze Innenraum gewählt. Finde ich ziemlich cool. Ist sehr klassisch gehalten alles. Finde ich wirklich gut. Wir haben hier das schicke Lenkrad. Wir sehen hier, wir haben das Sport-Chrono-Paket verbaut. Das sieht man auch an der Uhr oben auf dem Instrumententräger. Und auch hier über den Drive-Mode-Profiltaster, wo wir uns dann die verschiedenen Fahrstufen anwählen können. Wir haben hier einmal Range, Normal, Sport, Sport Plus und Individual. Wir sehen hier, wir haben das 16,8 Zoll Curved Display, was auch komplett frei programmierbar ist. Wir haben hier halt die Möglichkeit, uns das komplett anzuzeigen, wie wir es gerne hätten. Ob wir quasi die Karte da haben wollen. Also momentan die erweiterte Karte, dass nur noch Karte da ist. Oder die Karte verkleinert mit den beiden Tubes links und rechts. Oder halt auch das Power-Meter, sodass man wirklich nur die Geschwindigkeit und den Drehzahlmesser oder den alten Drehzahlmesser in der Mitte hat. Wie gesagt, das ist alles komplett frei programmierbar, wie man das gerne hätte und nach seinen eigenen Wünschen sich erstellen kann. Hier an den Seiten haben wir jeweils links und rechts Schnelltasten. Links, um die verschiedenen Lichteinstellungen zu machen. Automatisch, Standlicht oder auch Nebelschlussleuchten. Und auf der rechten Seite haben wir Schnellwahltasten für ESP aus. Ganz wichtig, um die Launch Control zu aktivieren. Die Dämpfer bzw. das Luftfahrwerk einzustellen, weil wir haben ja ein Luftfahrwerk verbaut. Das heißt, wir können hier verschiedene Fahrhöhlen anfahren. Und natürlich auch die Härtegrade der Dämpfer noch verstellen. Und hier haben wir eine Schnellwahltaste, die wir uns frei programmieren können. Die haben wir auch einmal hier am Lenkrad. Wir haben diese Schnellwahltaste gerade mit dem Electric Sport Sound belegt. Das heißt, auf Knopfdruck können wir uns den hier aktivieren. Wobei wir eigentlich die ganze Zeit damit fahren, weil das ist eigentlich eines der coolsten Features an diesem Auto. Also wenn man hier drin sitzt und der aktiviert ist und man gibt Gas, dann denkt man wirklich, man ist mitten in einem Star Wars Film. Und um einen herum sind tausende von Raumschiffen unterwegs. Also wirklich cool gemacht. Dann haben wir hier das 10,8 Zoll Display für das Infotainment, was wir so vom Porsche auch schon kennen. Wir haben hier eine fest verbaute E-SIM. Das heißt, wir sind always online, können somit jegliche Online-Dienste nutzen. Wir haben Wireless Apple CarPlay. Wir können uns hier die ganzen Ladeeinstellungen anzeigen lassen. Wir können hier einen Timer setzen, wann das Fahrzeug laden soll, wann es klimatisieren soll. Wir können uns verschiedene Profile einstellen. Das ist alles richtig cool gemacht. Hier haben wir, wie gesagt, nochmal das Klimabedienteil. Das ist alles über den Touchscreen ausgeführt. Wir können uns hier die Sitzheizung einstellen, die Temperaturen, wo die Gebläse hin sollen. Weil das, finde ich, ist zumindest für mich einer der Nachteile am Taycan. Könnt ihr uns vielleicht auch mal in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet. Die Lüftungsdüsen hier werden alle rein elektrisch eingestellt. Das heißt, ich muss hier draufklicken. Ich muss dann sagen, entweder habe ich zwei vorprogrammierte Programme. Ich kann diffus sagen, dass es halt irgendwo hinläuft. Oder fokussiert. Oder ich gehe auf Individual und dann kann ich mir hier diese Punkte nehmen und ziehen. Und sozusagen das dahin ziehen, wo der Luftstrom hin soll. Das finde ich allerdings während der Fahrt sehr ablenkend, sagen wir es mal so. Ich glaube, das geht irgendwie besser. Also das ist so ein Nachteil, den ich gefunden habe an diesem Auto. Was mich zumindest stört. Aber schreibt uns doch mal, was ihr davon haltet. Ja, ansonsten haben wir hier noch Schnellwahl-Tasten, wie wir in die Navigation kommen oder auch zum Radio oder zur Freisprecheinrichtung oder auch zu Apple CarPlay. Das kann man sich hier alles belegen. Wir können hier über das kleine untere Feld Eingaben machen. Wenn wir zum Beispiel Navigation suchen und einen Ort eingeben wollen, dann können wir das hier einfach handschriftlich draufschreiben. Wir können hier die Musik auch lauter leiser machen. Wir können hier die Ladeklappen vorne links und rechts öffnen und auch den Frunk öffnen und auch die elektrische Heckklappe öffnen. Und wir können auch hier auf die Batterie klicken und dann sehen wir hier immer den aktuellen Batteriestatus, wie viele Kilometer wir noch haben. Momentan haben wir noch 99 Kilometer Reichweite und 28 Prozent Akkuladung. Wir können dann hier die Standklimatisierung auch einschalten. Das ist alles ziemlich cool gelöst und sehr innovativ auch. Sieht alles total fancy aus. Wirklich cool gelöst. Hier im Fahrzeug haben wir dann auch noch das Beifahrer-Display verbaut. Was es einfach nochmal cooler macht, weil dieses komplette digitale Armaturenbrett hier eigentlich sofort ins Auge sticht und hier eigentlich überall Displays sind. Wirklich cool gemacht. Das ist auch nur an, wenn dann eigentlich jemand auf dem Beifahrersitz sitzt. Wenn dort keiner sitzt, dann ist es ausgeschaltet und da steht ein Taycan-Schriftzug, damit es den Fahrer nicht ablenkt. Ansonsten kann der Beifahrer da komplett alles bedienen, was der Fahrer dann auch kann über das normale Infotainment-System. Das heißt, ich kann vom Beifahrersitz aus Navigation einstellen, den Radiosender einstellen, das Telefon steuern und kann mir aber auch ein Cockpit anzeigen lassen, um zu sehen, wie schnell fährt der Fahrer eigentlich gerade und wie viel Leistung ruft er auch ab. Und habe da auch so ein G-Meter, um zu sehen, wie die Beschleunigungen so sind, die man hier in einem Fahrzeug hat, das wirklich ein sehr cooles Gimmick ist. Ansonsten zu dem Auto hier können wir noch sagen, wir haben hier das Bose-Sound-System verbaut. Es gibt dann nochmal eine Stufe drüber, das Burmester-Sound-System. Aber auch das hier, das kann sich schon hören lassen. Also Musikfreunde sollten das Geld, glaube ich, investieren. Das macht schon Spaß. Ja und wie eben schon einmal außen erwähnt, wir haben hier dieses riesengroße Panorama-Glasdach verbaut. Was auch selber nachdunkelt, wenn die Sonne wirklich drauf scheint, damit es hier im Auto nicht zu heiß wird. Sieht extrem cool aus. Hier ist es extrem hell in dem Auto, obwohl ja sonst eigentlich alles schwarz ist im Innenraum. Aber das ist auf jeden Fall ein Extra, was ich definitiv mitbestellen würde. Und gerade für die Passagiere hin ist es ja nochmal eine Nummer extremer, weil es da hinten quasi bis zur Heckklappe geht. Und deswegen würde ich sagen, steigen wir jetzt einfach mal hinten ein und gucken, wie viel Platz da ist. Ja, angekommen auf der Rückbank sehen wir, dass wir hier echt viel Platz haben für die Formpassagiere. Der Sitz hier vorne ist auf meine Größe eingestellt. Ich bin 1,78 Meter und ich habe hier echt genügend Beinfreiheit. Ich sitze hier auch extrem bequem. Nach oben hin wird es vielleicht für größere Leute dann wirklich schwierig, weil das Dach hier natürlich runterkommt. Gerade mit dem Glasdach dann nochmal. Aber wie gesagt, wenn man hier sitzt und dieses Glasdach verbaut ist, man hat halt den komplett freien Blick nach oben. Gerade wenn man durch die Stadt fährt. Man sieht so viel, das ist wirklich so cool und sieht einfach richtig gut aus. Ansonsten haben wir hier noch eine Mittelarmlehne. Die können wir uns hier ausklappen. Dann haben wir hier noch zwei Cup Holder mit drin. Wir haben hier auch eine Durchreiche. Das heißt, wir können auch in den Skiurlaub fahren und unsere Skier mitnehmen. Natürlich auch cool, weil wir haben auch Eiradantrieb. Das heißt, da sind wir auf jeden Fall für Schnee gewappnet. Ja, ansonsten zur Materialanmutung. Wir sitzen in einem Porsche. Also hier ist überall Leder. Fühlt sich alles extrem cool an. Da gibt es überhaupt gar nichts zu meckern. Also alles, was man anfasst, ist extrem wertig. Sieht richtig schick aus. Ihr könnt das Ganze hier natürlich auch immer noch wählen, wie ihr das gerne hättet. Es gibt natürlich auch noch eine komplett lederfreie Variante, wo ihr dann eine Art Stoffsitz habt. Das ist aber wie gesagt alles nach eurem Geschmack und je nach Geldbeutel möglich. Jetzt aber genug geredet vom Innenraum und Optik und Co. Ihr wollt wissen, wie das Auto fährt. Das machen wir jetzt auch. Und dann fahren wir auch gleich nochmal zur Ladestation und gucken, wie sich das Auto so lädt. Also los geht's. Wir legen los. Wir fahren endlich den Taycan 4S. Aber als allererstes, worauf ihr wahrscheinlich eh alle wartet, probieren wir einfach mal die Launch Control aus. Dazu nehmen wir den Drive Mode Schalter. Gehen hier auf Sport Plus, so wie wir es da haben. Zusätzlich müssen wir jetzt noch das ESP in den Sport Modus packen, damit es funktioniert. So, das haben wir. Wir haben Sport Plus, ESP im Sport Mode. Wir gehen mit dem Fuß auf die Bremse und drücken jetzt gleichzeitig das Gaspedal. Ja, es ist wie so ein Katapult, sage ich euch. Das ist einfach nur krass. Von 0 auf 100 in 4 Sekunden. Das Ding schiebt ohne Ende. Da kommt Kraft ohne Ende. Ja, und es marschiert einfach bis 250 so weiter. Also, es macht einfach nur Laune, kann ich euch sagen. Der Einstieg in die Porsche Taycan Welt beginnt mit dem Basismodell Porsche Taycan bei knappen 83.500 Euro. Wenn ihr dann einen Taycan 4S, also sowas wie diesen hier, haben wollt, dann müsst ihr schon mindestens 106.000 Euro auf den Tisch legen. Wie gesagt, dann bekommt ihr auch die mindestens 435 bzw. im Overboost Modus 530 PS und habt eigentlich extrem viel Spaß in diesem Auto. Also, es macht echt Laune, es ist ein richtig cooles Auto. Ich würde immer noch zur Performance Plus Batterie greifen, also dass ich dann die 93 kWh Batterie habe, um einfach noch mehr Reichweite erzielen zu können. Was aber auch jetzt schon echt nicht schlecht ist. Also, wir haben hier Reichweiten von bis zu 455 km laut WLTP, aber auch wir, wir sind jetzt die ganze Zeit ohne Laden unterwegs gewesen und sind auch schon über 250 km gefahren und das nicht sparsam. Also, wir haben das Auto auch schon mal sportlicher bewegt, von daher, da kann man gar nichts zu sagen. Wenn wir uns hier die Verbrauchswerte mal angucken, dann sehen wir, wir haben hier einen durchschnittlichen Verbrauch von 25,4 kWh pro 100 km. Für die Größe des Fahrzeugs und für das Gewicht und für die Leistung, die das Fahrzeug hier abruft, wirklich genial. Also, Respekt Porsche, das kann sich sehen lassen. Also, das ist wirklich cool, auch über die ganzen verschiedenen Fahrmodi und er ruft seine Leistung halt ständig ab. Also, das ist, der sagt nicht, nee, sorry, ich kann jetzt nicht mehr nach ein paar Sekunden oder so, sondern, wenn du schnell fahren willst, dann kannst du schnell fahren mit diesem Auto, bis halt der Akku leer ist. Gut, er geht irgendwann, ich glaube, ab 50 km drosselt, er ist langsam runter, um einfach auch an die nächste Ladestation noch kommen zu können. Aber das macht halt schon wirklich Laune. Ich muss sagen, dieser Electric Sport Sound ist auch jeden Cent wert. Also, den würde ich auch einfach immer nehmen, wenn wir dieses Knöpfchen hier drücken. Jetzt fahren wir ohne, jetzt drücken wir ihn und das ist schon enorm cool. Wir fahren jetzt hier gerade im Range-Modus, das heißt, im Range-Modus sparen wir sozusagen Strom und können auch nicht schneller als 100. Dann ist auch das Beifahrer-Display hier schwarz und komplett ausgeschaltet und alles runter geregelt, dass nicht mehr Verbraucher an sind als nötig. Aber wir können halt auch jederzeit hier wieder in den Normal-Sport- oder Sport-Plus-Modus wechseln. Und dann ruft er halt auch seine Leistung ab. Also, das ist halt Wahnsinn. Fahrkomfort, genial. Luftfahrwerk, kann die Dämpfer einstellen, wie ich möchte. Je nach Stimmung, ob Komfort oder doch eher sportlich für die Rennstrecke. Also, funktioniert alles top. Einfach nur begeistert von diesem Auto. Für mich ist das die richtige Elektromobilität. Also, wir können hier echt Reichweiten bewerkstelligen. Ich kann damit in den Urlaub fahren und muss mir keine großen Sorgen machen. Aber mehr zum Laden, dann gleich an der Ladesäule. Wir fahren jetzt gleich mal an der Schnellladesäule und gucken einfach mal, welcher Ladeleistung er loslegt. Und wie schnell das Ganze dann geht, beziehungsweise wie lange es dauert, dazu dann gleich mehr an der Ladesäule. Ja, angekommen an der Ladesäule. Wir haben jetzt hier noch 14% Akku, also 53 oder 52 Kilometer Restreichweite. Wir haben hier eine Allegro-Säule gefunden, die bis zu 320 Kilowatt kann. Wir können 225 hier mit unserem Auto. Das heißt, wir probieren das Ganze jetzt mal. Wir sind hier mit 14% Ladeleistung oder Akkuleistung angekommen. Wir haben ihn jetzt gerade angestöpselt. Das ist der 320 kW Lader. Er geht jetzt los. Er lädt jetzt gerade mit 104 kW. Mal gucken, ob das jetzt noch steigt oder wir sind gespannt. Mit unserer Batterie können wir mit bis zu 225 kW laden. Das heißt, wir würden, wenn wir das ausschöpfen können, von 5 auf 80% in gut 23 Minuten kommen, was schon echt extrem schnell ist. So wie hier sollte das jetzt eigentlich machbar sein an dem 320 kW Lader. Leider liegt es wohl an der Allegro-Säule. Die gibt einfach gerade nicht mehr her als 110 kW. Solltet ihr an einer 11 kW Ladesäule das Fahrzeug laden, dann müsst ihr damit rechnen, dass ihr so gut um die 8 Stunden braucht, um den Taycan 4S komplett vollzuladen. An einer DC-Säule, also mit 50 kW ungefähr, könnt ihr das Fahrzeug von 5 auf 80% in rund 31 Minuten laden. Wie gesagt, kommt dann auch immer auf die Ladesäule an, wie gut das alles funktioniert. Man sieht das ja hier, sie versprechen 320, aber wirklich viel mehr als 100 kommt dann doch nicht an. Ist dann wie gesagt immer Ladesäulen abhängig. Der Porsche auf jeden Fall kann es, an dem liegt es auch nicht. Wir hatten ihn schon mal an anderen Ladesäulen und da hat er auch mit der maximalen Ladeleistung geladen, aber hier jetzt leider gerade nicht. Von daher ist das immer davon ein bisschen abhängig. Wie gesagt, ihr habt immer noch die Option auf das Upgrade, also Performance Batterie Plus. Dann könnt ihr sogar mit bis zu 270 kW laden. Was dann möglich ist, solltet ihr das Auto in gut 20 Minuten voll haben, wenn ihr an einer Schnellladesäule seid und das auch wirklich nutzen könnt. Ja, wir stehen jetzt hier, wir haben fertig geladen. Das Auto sagt, wir haben 84%, wir können wieder 305 km fahren. Wir laden immer noch mit guten 5 km pro Minute. Ich sehe das gar nicht von hier, das Auto sagt, die Ladesäule sagt gerade, mit 73 kW laden wir noch immer, obwohl wir schon 85% Akku haben. Wir haben jetzt hier gestanden, 32 Minuten und wir waren bei 14%. Also gut, die Ladesäule hat nie mehr als 111 kW geladen, obwohl es eine 320er ist, leider. Aber ja, es ist schon ziemlich beeindruckend, was das Auto kann, also wie schnell das Auto laden kann, wenn denn die Ladesäule lassen würde. Aber auch so fand ich es jetzt ganz gut. Also es geht schon echt schnell und man kann schnell wieder nachladen. Und wir gucken mal, wir stöpseln jetzt einfach mal ab und fahren weiter. So, wir haben wieder volle Akkus. Wir sind auf der Autobahn und wir können wieder Gas geben. Ja, wir sind wieder zurück mit dem Porsche Taycan 4S. Ich muss sagen, krasses Auto. Respekt an Porsche. Also Turbo S war schon eine Nummer, aber auch der 4S macht echt Spaß in allen Lebenslagen. Man kann damit Langstrecke fahren. Dazu ist er wirklich tauglich. Das Laden funktioniert. Ich kann schnell laden. Ich kann andauernd Leistung abrufen. Und der Sound ist genial. Ich habe Platz ohne Ende. Ich kann viele Leute mitnehmen. Also alles in allem ein Top-Auto, wenn der Preis nicht wäre. Das ist natürlich immer noch ein ganz schön hoher Preis. Aber klar, wir fahren in Porsche und da ist halt alles Luxus. Also da die ganze Qualität des Autos, da lässt nichts zu wünschen übrig. Ich habe alle Assistenzsysteme. Ich bin always online. Ich bin komplett vernetzt. Das Auto macht wirklich Spaß. Falls ihr mal die Möglichkeit habt, so ein Auto fahren zu können, nutzt die Gelegenheit auf jeden Fall. Ihr werdet das auf keinen Fall bereuen. So macht Elektromobilität wirklich Spaß. Und dieser Slogan Soul Electrified von Porsche stimmt einfach zu 100%. 911er durch und durch in rein elektrisch. Ja, wie gesagt, das war es dann auch schon mit dem Video. Wir sind hier am Ende. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Schreibt uns doch mal, was haltet ihr von Porsche Taycan? Was gefällt euch? Was gefällt euch vielleicht nicht so gut? Und wir würden uns freuen, wenn ihr den Kanal abonniert und das Video liked und vielleicht auch teilt und uns weiterempfehlt. Ansonsten findet ihr uns bei Facebook, Instagram, wie auch immer. Schreibt uns. Danke und bis zum nächsten Mal. Schreibt uns. Untertitelung des ZDF, 2020